Der Sensationsprozess gegen Ghislaine Maxwell, der ehemaligen Partnerin des Sexverbrechers Jeffrey Epstein, ist in New York mit einem Knalleffekt zu Ende gegangen. Insgesamt hieß es am Ende fünfmal schuldig. Das Ganze bei sechs Anklagepunkten der Britin drohen jetzt bis zu 65 Jahre Haft. Das Strafausmaß wird bei einem weiteren Hearing erst in mehreren Wochen bekannt gegeben. Ghislaine Maxwell wirkte geschockt im Gerichtssaal. Sie legte einmal ihren Kopf an die Schulter eines ihrer Verteidiger. Es gab eine Umarmung, dann verließ sie den Gerichtssaal. Die Handschellen und die Fußfesseln wurden ihr erst draußen angelegt. Ghislaine Maxwell hat sich in Untersuchungshaft befunden seit mehr als einem Jahr in einem Bundesgefängnis in Brooklyn. Dort wird sie wieder zurückgestellt, überführt praktisch. Beim Prozess kann sich die Staatsanwaltschaft über einen Erfolg freuen. Ihnen ist es gelungen, Ghislaine Maxwell als wirklich wichtigen Teil des sogenannten Systems Epstein zu porträtieren. Vorgeworfen wurde der Britin, dass sie im Auftrag ihres Freundes und Partners junge Mädchen rekrutiert hat, sie dann vorbereitet hat auf den Sex und sie Jeffrey Epstein zum sexuellen Missbrauch zugeführt hätte. Es wurde auch berichtet, dass sie selbst ab und wann Frauen berührt hätte, sexuell. All das wurde vorgetragen von den vier Kronzeuginnen in dem Prozess. Vier der Opfer haben ausgesagt. Sie haben erzählt, wie eben diese Übergriffe passiert sind in den Luxusvillen von Jeffrey Epstein, vom Palm Beach bis nach New York, bis in die Karibik und bis nach New Mexico. All das wurde in diesem Verfahren aufgerollt. Die Aussagen der betroffenen Mädchen, die damals Mädchen waren, waren erschütternd. Und natürlich einer der Höhepunkte war der Moment, als die Staatsanwaltschaft den Massagetisch in den Gerichtssaal rollen ließ. Natürlich auf diesem Tisch soll es zum Großteil der sexuellen Übergriffe gekommen sein, wo eben Jeffrey Epstein diesen Massagetisch aufgestellt hat, im Badezimmer seiner Willen und dann eben die Mädchen praktisch vergewaltigt hat. Ghislaine Maxwell hatte zuletzt darauf gehofft, dass es möglicherweise doch einen geplatzten Prozess geben könnte. Denn die Beratungen der Jury, der Geschworenen, haben sehr lange gedauert. Am sechsten Tag erst kam es eben zur Einigung zum Schuldspruch. Das ist natürlich ein schwerer Rückschlag gewesen für Ghislaine Maxwell. Ihre Verteidigung hat versucht, so viel zu leisten wie möglich, einfach Zweifel zu schüren an der Glaubwürdigkeit der Zeuginnen. Das ist ihnen teilweise gelungen, ist möglicherweise auch der Grund dafür, dass die Zeugen, die geschworenen Beratungen so lange gedauert haben. Der Prozess hier in New York hat ungefähr einen Monat jetzt gedauert. Es schien so, als würde möglicherweise sogar eine Verlängerung bis ins neue Jahr drohen. Die Richterin machte sich hier bereits große Sorgen, dass die hier in New York rassierende Omikron-Welle den ganzen Prozess gefährden könnte. Denn natürlich hätten sich einige der Geschworenen angesteckt, hätten sie in Quarantäne müssen und der ganze Prozess wäre gefährdet gewesen. Im Endeffekt gab es dann doch ein eindeutiges Urteil der Geschworenen. In fast allen Anklagepunkten hieß es schuldig. Und für Ghislaine Maxwell warten jetzt sehr viele Jahre in Haft in den Vereinigten Staaten. Vielen Dank.